Ein weiteres Angebot in der mobilen Gaming-Industrie wurde unterbreitet und er soll Deal des Jahres werden. Das britische Tech-Unternehmen King Digital Entertainment, die Heimat des beliebten Spiels Candy Crush Saga, soll vom amerikanischen Videospiel-Hersteller Activision Blizzard für 5,9 Milliarden Dollar im Frühjahr 2016 erworben werden. Diese Übernahme wird Activision Blizzard 500 Millionen aktive Nutzer in 200 Ländern geben und ihr geistiges Eigentum vermehren, einschließlich Spiele wie Call of Duty, World of Warcraft und Guitar Heroes. Activision-Chef Bobby Kotick sagte, abgesehen von YouTube und Facebook gibt es kein weiteres weltweites Netzwerk, das eine höhere Zuschauerzahl hätte. Ein großer Teil der Gelegenheit ist, das geistige Eigentum von Activision Blizzard zu erkunden und zu sehen, ob es in diesem Netzwerk Sinn macht. Der Deal wird mit 3,6 Milliarden Dollar von außerhalb der USA und der Rest über Schulden finanziert und das bereinigte Jahresergebnis des Konzerns soll um 30 Prozent steigen. Als King Digital Entertainment den Börsengang an der Nice im vergangenen Jahr vollzog, notierten die Aktien bei 22,50 Dollar im Vergleich zum aktuellen Preis von rund 16 Dollar. Das Hitspiel Candy Crush performte gut im Gegensatz zu den Spin-Off-Spielen, was zum Rückgang des Gewinns im zweiten Quartal um 28 Prozent führte. Dennoch glaubt Herr Kotick in das langfristige Potenzial. King Digital habe einen großen Franchise-Fokus, sowie die Möglichkeit, neue Franchisen zu erfinden. King Digital-CEO Riccardo Zacconi, CCO Sebastian Knutson und COO Steven Kugan sollen mit der Firma langfristige Arbeitsverträge abgeschlossen haben. Und das war's für die heutige Presse-Schau von mir, Louis McCauley. Auf Wiedersehen.